Musik Merhaba! Ein Tutorial für Galatasaray Istanbul ist jetzt hier in diesem Moment zu sehen. Ja, und deswegen geht's auch jetzt los. Ja, hi, 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 hi. Auf mein bewegliches Lied würde ich gern mit dem dunkleren Ton arbeiten. Das heißt in dem Fall natürlich rot. Wow, rot. Musik 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 Auch so ein bisschen schon mal unten drunter mit dem Rot gehen. Beide Seiten natürlich. Musik Musik Wir machen jetzt weiter mit dem Gelb. Natürlich für Rot-Gelb. Musik Jetzt schwarz, tiefschwarz, da habe ich so einen schönen Stift, äh Pinsel mit, mit der vorne ziemlich fein ist, weil man schön an dem Wimpernkranz entlang malen kann. Musik Ein roter Stift, mit dem kann man schön malen, so eine Art Faschingschminke würde ich fast sagen. Ja, und dann könnt ihr die Kontur so ein bisschen damit nachgehen und angleichen, weil ich finde es einfach ganz schön. Macht das mal bitte. Musik So, jetzt haben wir hier nochmal den Roten, den man schön mit zeichnen kann. Mit dem zeichne ich jetzt auf der Wange. Das zeichnen von Galatasaray Istanbul. Musik Einmal hier. Musik So, jetzt machen wir hier einmal das Gleiche in Rot. Musik Gelbe Steinchen zum Kleben. Und nun nochmal mit einem helleren, besten, sauberen Pinsel nehmen und direkt in einen hellen Lidschatten rein und einfach nochmal so ein bisschen hier an der Mitte und unten drunter aufhellen. Einfach so ein bisschen langtupfen. Musik Hier gehe ich nochmal so ein bisschen in die Mitte mit dem Rot. Nur so ein Hauch. And your lips, 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 lips. Rot. Musik Kajal, schwarz. Nochmal ein bisschen die Wimpern, äh, die Augenbrauen kämmen. Kleiner Tipp von mir. Macht an dieses Würstchen ein bisschen Haarspray ran. Und dann direkt kämmen. Hält super. Hier mache ich jetzt mal so ein bisschen Ruschen. Ich nehme das Rusch mal ein bisschen bräunlicher. Ich habe hier so Bronze Powder. Das nehme ich jetzt einfach mal. Musik Fertig, fertig, fertig. Schaut mal. Aslaner ist euer Maskottchen. Es ist natürlich ein Löwe. Topieren. Abteilen. Und topieren. Musik Können das auch, wenn ihr das könnt, mit dem Kamm alles so leicht richten. Aber oftmals kämmt man sich dann das Topierte wieder weg. Deswegen nur leicht die obere Schicht ein bisschen glatt kämmen. Musik Okay, also ihr habt Volumen. Das habe ich noch in Rot. Finde ich ganz süß. Auf den Kopf eine Sammbrille mit Hair. Musik Ein Schal in Rot darf nicht fehlen. Musik Die Nägel. Gold-Gelb. Musik Und das Tutorial ist fertig und vollendet und vollbracht. Die Steinchen finde ich übrigens besonders schön. Auch wenn ich die nur aufgeklebt habe. Wenn es euch gefallen hat, liked mein Tutorial, teilt mein Tutorial und schreibt mir drunter, wenn es dann gefällt, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich, knut euch nochmal und güle güle. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.